Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Von rechts außen bitte sehr! Ihr schürt Angst mit Flüchtlingszahlen? Fuck you, so gewinnt man Wahlen! Habt ihr an Fakten kein Interesse? Halt die Fresse, Lügenpresse! La 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 la. Warum seid ihr so gut drauf? Wir haben nen Joker eingekauft. Habt ihr sonst noch geile Böcke? Höcke, 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 Höcke. Wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Und fühlt ihr euch selbst mal kritisiert? Wird aus dem Studio rausmarschiert. Okay, der Opferrollenschlumpf fängt an. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Oh Gott. Ihr seid wirklich hohle Pfosten. Das wird uns niemals mehr kosten. Sag mal, habt ihr außer Flüchtlingshetze überhaupt irgendwas drauf? Meuten! Äh, los! Schnell singen! Na, 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 na. Oh, lustig!